Koppel von der Herren-SA-Klasse mit Damenbeteiligung ist zwar nicht hier an diesem Spiel beteiligt aber die Magda Höfel, die einzige Dame, die sich hier der Herrenkonkurrenz gestellt hat. Evgeny Pili Christ schlägt auf an seiner Seite. Dennis Hemter, jahrelang Aushängeschild bei DJK Sparta Nordisch Nürnberg. Jetzt spielt er beim Andi Staudacher bei den Winsbachern. Regionalliga ist das, glaube ich. So, hinten ist noch ein Doppel. Heiko Minnl mache ich da aus an der Seite von Fredrich. Jetzt werde ich hier ein bisschen vertrieben. So, hier. Geht ihr los raus? Ne? Wie du so gut bist? Kannst du wirklich da raus gehen? Wir stehen hier.